Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Internet. Das ist Laura Gehlhaar. Das ist ein fantastisches Publikum. Und das ist das Online-Exklusive. Ein Spiel, viral oder egal, in der ganz besonderen Edition. Viral oder egal. Die ganz besondere Edition. Und hier ist unser Spielleiter, Florentin Will. Hallo, Florentin. Schön, dass du da bist. Laura Gehlhaar, Florentin Will. Grüß dich, Florentin. Der einzige Mitarbeiter vom Neo Magazin Royale, der jedes Mal einen Auftritt hinlegt, als würde er eines Tages auch selber mal ausprobieren, wie das ist, im Rollstuhl zu sitzen. Das war sehr gefährlich, Florentin. Du konntest. Erklär uns beiden kurz das Spiel. Erklär uns, was die ganz besondere Edition ist vom Viral oder Egal. Ja, wir spielen heute Viral oder Egal. Da schauen wir uns Videos aus dem Internet an. Internet? Sag mal. Werden wir sehen. Wir schauen uns das mal an. Und dann müsst ihr raten, wie viele Klicks die haben. Und wenn ihr dran liegt, kriegt einen Punkt. Und warum die ganz besondere Edition? Das werden wir im Laufe des Spiels sehen. Mal gucken. Wäre es vielleicht erst spät. Wir schauen mal ins erste Video rein. Viel Spaß. Kurze Orientierung. Der Titel des Videos lautet Amazing Disabled Board Skater. Wie nochmal? Amazing Disabled Board Skater. Und wir müssen raten, wie viele Klicks das hat. Richtig. Wie viele Klicks ist das wert? So ein Amazing fand ich den gar nicht. Okay. Also da haben wir wirklich schon bessere, ein bisschen so in der Szene so. Also jetzt nicht, ich kann nicht skaten, aber ich... Fährst du auch manchmal auf die Halfpile am Wochenende einfach mal irgendwie irgendwie... Ja. Kannst du ein Looping? Ja, ein Backs. Ja, aber ja, ich kenne wirklich Leute, die können das. Wirklich? Ja, deshalb bin ich gerade ein bisschen, ja, enttäuscht. Okay, gut, dann. Ja, dann sag mal, wie viele Klicks? Vier. Ja, ey. Vier. Drei von uns von der Redaktion. Ich würde sagen auf jeden Fall mehr, also fünf. Ich würde sagen fünf. Gut, wir schauen mal nach, wer recht hat. What? Aber das war wirklich, das war knapp. Das war richtig knapp. Nicht schlecht. Das hätte ich nicht gedacht. Erster Punkt für Herrn Böhrmann, nicht schlecht. Ach so, Moment, dann geht das, wenn er näher dran ist. Richtig, wenn er dran ist, ja. Tja. Okay, wir schauen mal ins nächste Video rein. Viel Spaß, da. Oder muss ich jetzt quasi, bin ich jetzt irgendwie ein Arschloch, wenn ich dich jetzt nicht gewinnen lasse? Ja, also das ist erst mal egal. Okay. Also eins drüber gehen ist schon ein bisschen. Okay, okay. Aber gut, ich bin neutral hier. Wir schauen mal ins nächste Video rein. Ich versuche mal aufzuklären mit dem Titel Disabled Goldfish in Harness. Disabled Goldfish in Harness. Ja, der hatte so eine Schwimmhilfe. Ja, okay. Ich würde sagen, hat 5.000. 5.000 Klicks, weil Fische und Tiere, es kommt immer gut an. Ja, nur 5.000 hat gut an? Ja, 5.000, aber mehr würde ich sagen nicht. Nee, 5.000. Also genau 5.000 jetzt? Ja, ich würde sagen, 5.000. Okay. Mehr oder weniger muss ich eigentlich nur entscheiden. Ach so, okay, dann sage ich weniger. Also 4.999. 4.999. Okay, alles klar, gut. Wir schauen mal, wer recht hat. Wieder an Helm Wörmer. Fische kommen an. Okay, aber das hätte ich nicht gedacht. Und nur 23 Dislikes. Fische sind der heiße Scheiße. Bei so einem Video frage ich mich, wer Dislikt das denn? Wer macht denn da den Daumen runter? Was ist denn das für ein... Also ich hätte den runter gemacht. Richtig? Ich mache, der miese Bete auch. Geht auch. Katzen machen den Daumen runter. Ist das doch für die gut? Müssen sie nicht... Weil die verfeindet sind. Ach so. Was? Katzen und Goldfische sind verfeindet. Ja, eben. Das weiß man doch. Das ist wie mit den Israelis und den Palästinenden. Ja, genau. Rossis und Wessis. Apropos verfeindet. Wir schauen mal ganz kurz in das nächste Video rein. Geht nicht Spaß. Aber einfach weiterfahren. Das ist mir auch noch passiert. Können wir das noch mal sehen? Hoppala. Ja, sehr gut. Rollstuhllimbo. Aber so völlig selbstbewusst reingefahren. Nicht immer abgebremst. Herrlich. Super geil. Und es ist sau gefährlich. Aber ja. Also. Woman on Mobility Scooter. Ja. Hitting the Boomgate Barrier. Oh, das ist super gut. Wow. Also ein Mobility Scooter anscheinend. Ja. Du müsstest vorlegen. Kannst du nicht nur vorlegen? Kann ich auch. Ich würde sagen 50.000. 50.000. 50.000. Ja, dann 50.0001. Wow. Richtig mutig. Wir schauen mal nach. Punkt für Laura, aber nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich habe das einfach im Gefühl. Das war nicht schlecht. 2 zu 1. Okay, mal gucken. Ich weiß übrigens auch, warum es die ganz besondere Edition ist. Jetzt sag mal. Nur Filme, wo jemand eine Behinderung hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin aware. Ich bin aware. Ich bin aware. Redpill. Ich bin aware. Okay. Wir schauen mal, ob das so weitergeht mit Video Nummer 4. Viel Spaß. Hilf ihm nochmal, der Arme. Oh Gott, das ist süß. Dad makes an Ice Cream Truck Halloween Costume for a son who uses a wheelchair. Die werden immer flippiger, die Tüte. Das ist knarrig. Hm. Boah. Das ist auf jeden Fall eine Million. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Million. Engagerter Vater, Kind im Rollstuhl, Kind allgemein, Eis. Da ist alles drin. Ich würde sagen, es ist einfach nur eine Million. Ja, mehr. Eine Million an uns drei. Nee, ich bin jetzt am Wunsch. Oh. Riskant, riskant. Wir schauen mal nach, wenn er dran liegt. Das war zu riskant. Das war zu viel. Das war riskant. Sind das nur für Unmenschen? 3 zu 1 für Unmenschen. Die Leute, die für die Klicks verantwortlich sind, sind einfach Schweine. Ganz ehrlich. Boah, das ist so krass. Da kann man mal sehen, wo Behinderte in der Gesellschaft stehen. Behinderte Kinder vor allem mit Eiscreme Truck Rollstühlen. Aber, nicht verzagen, Laura kann auch aufholen. Vielleicht direkt mit dem nächsten Video. Wir schauen rein. Waschbitt reingefallen. Also, wenn du bist da noch nicht im Rollschuss, woher sitzt er jetzt? Ein Doppel-Rollstuhl? Ja, oder vielleicht ist er dann... Rollstuhl? Ähm, Guy falling out of a wheelchair while crowd surfing. Fail in caps. Scheiße. Fail. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ach, naja. Im Grunde von mir hat sich schon mal so beide Beine gebrochen. Ja? Beim crowd surfing? Ja. Also im Rollenstuhl und dann... Dann noch, oh. Also... Querschnittsgelähmt? Äh... Also, war er vorher querschnittsgelähmt? Nee, der hatte... Oder hatte immer noch auch irgendeine Muskelerkrankung. Und dann hat er sich beide Beine gebrochen. Ist das eigentlich so, wenn man querschnittsgelähmt ist? Aber... Dass man... Dass man... Wenn man querschnittsgelähmt ist, dass wenn man sich die Beine bricht, dann sind die einfach gebrochen, aber man spürt da nichts von, ne? Nee, das ist ganz unterschiedlich. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Danke, Floretty. In der Vorurteilsscheiße hier. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie viele Klicks. Boah. Also ich meine, der liked auch so ne... So ne Tragödie. Ja, im Internet, ganz ehrlich, da sind viele schlimme Menschen unterwegs. Ja. So was wird viel geliked. Immer noch. Leider. Leider. Fail. Das ist... Ich möchte jetzt auch meine Zahl nennen. 671.543. 671.543. Nicht schlecht? Ich würde sagen sieben. 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 Da müssen wir... Da bin ich mal gespannt, wer da jetzt ausrechnet, wer näher dran ist. Jetzt irgendwo dazwischen liegt. 600.000 zu sehen. Wir schauen mal, wie näher dran ist. Okay. Sieben. Tja. Ja, wir haben vier zu eins weit vorne. Aber ein letztes Video haben wir noch. Die Ehrenrunde und zwar, das schauen wir uns jetzt an. Bitteschön. Scheiße, Subhanallah. Die Tür ist offen. Wahnsinn, wie beim A-Team, da war die Tür auch immer offen. Stabiler Los, ja. Classic Jump by a handicapped man in car. Einfallsreich. Classic Jump, der klassische. Ich würde sagen auch nicht, 2000. Ich würde sagen nicht viel, 2000. 2000 würde ich sagen. Was willst du noch mal sagen? 2000. Was willst du sagen? Ich würde 2000 sagen und ich würde jetzt 2599 sagen. Also mehr. Ich bin mal gespannt. Gut, 2000 zu 2599. Wir schauen mal nach, wer recht hat. Bitteschön. Brillant. Ich weiß nicht, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich gegen dich gewonnen habe. Laura Gehler, meine Damen und Herren. Und geben Sie einen extra Applaus für unseren Spielleiter, Florentin Will. 5 zu 1, herzlichen Wunsch. Dankeschön. Freut mich. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Aufruf zu 1. Dankeschön. Aufruf zu 1. Dankeschön. Aufruf zu 1. Dankeschön. 2. Dankeschön.